Hannes kommt zu einer weiteren Folge 6 mit mir. Und René. Ah, guten Tag. Ich hab schon gewartet. Willst du Kai oder ich Kai nehmen? Äh, kannst du ruhig Kai nehmen. Ich hab Kai noch nie gespielt, das heißt, es wird lustig jetzt. Egal, da ist 1,5er Visier drauf. Gibt's nicht. Ne Holo. Dann nimmst du halt Holo. Oh nein, der hat diese schöne Pistole. Ich muss schon kotzen. Wer? Haha. Der hätte doch Bandit nehmen können. Gibt's schon. Die Bomben sicher. Warum nehmen wir dann Kai mit? So. Wo soll ich von unten machen? Äh, was? Wo soll man das hinmachen? Ähm, wir machen die Wand hier zu. Bandit übernimmt die andere Wand. Und du tust die Kreitkalle hier so hinschmeißen. Ja, mach du. Dann kannst die Kitekalle ja schon hinschmeißen. Genau, dann machen wir. Wurste die Kitekalle hier so hinschmeißen, werden die beiden gemacht. Dann hat er schon hinslacken. Achso. Ich muss mal schnell Spawn peeken gehen. Mit dem LMG. Ganz wichtig. Boah, ist Kai schnell, meine Güte. Ja, Majastro ist genauso scheiße langsam. Achso. Achso. Stöße nach Geräten wurde platziert. Komm. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wuh, wuh. Warum denn? Es gibt Sack? Ja, da sind eventuell drei bis vier Leute gekommen. Die alle auf eine Tür halten, wo ich stand. Wuh. Das war nicht förlich. Ähm, Niklas. Du kannst mich vergesslich nennen, aber ich habe meine Cams nicht platziert. Nice. Weg, weg! Weg! Wuh, Alter! Oh, ist der offen? Hä? Oh. Oh, das ist krass. Ah, da ist noch ein Flores. Jetzt geht los. Ja, ich muss einfach mal Schutz geben, weil ich ihn töten kann. Ich komme, wo ich bin. Ah, so scheiße, sorry. Ich wollte mich nicht tun, aber ich muss auch wo ich bin. Das habe ich nicht mitbekommen. Mach das ja. weiß natürlich das ist um die von Mais to the Rock das heißt mit dir die das benutze was er macht mit dem LMG was wo du so zu dem auch für sie treten heute auch in der Ukraine wieder die Anweselper von Talos oder mit Belgium wurde Barfumten was ja für Ventilation ist vielleicht nicht gleich direkt und mit der Bremse und wir werden dabei also rechts ja ich bin nämlich links aber ich bin Meister ja komm 100 Schuss auf von zwei Seiten pieken jetzt gleich sofort von oben du an dem Fenster ich an der Tür du hast 30 Schuss oder? 31 ich hab bloß 80 Schuss ich hab bloß 80 Schuss ich hab bloß 80 Schuss ich hab bloß da fangs fangs ja genau ja genau so warte warte wirst du? pass auf wir gehen jetzt hier hoch da oben genau da oben du an dem einen Fenster ich an der Tür das Fenster da meine ich und jetzt hätten wir beide die sind ekelhaft weg in Richtung Valley entweder kommen sie bei dir jetzt gleich rum und du hilfst sie oder die kommen zu mir oder ne wenn sie überhaupt kommen wenn nicht sind wir gearscht die Gegner haben eine Bombe lokalisiert wir müssen erst zu kommen Hat sie da was laufen? Han... Aaaaahhh, jetzt wurde ich auch nur ausgedrückt Ne 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 ne, so natürlich G volver!... Ha, ja einer war da an dem fenster von sSissy hat mich ausgedrückt, hat mich liegen sehen und wollte Left pomoc! Da unten kann er noch der Smoke schon gut halten, sehr schön. Hey Niklas? Ja? Jetzt den Wickel nach da unten. Da mache ich jetzt Überraschung. In B? In B? Oh, dann sollten wir fliege Eier machen. So, die Blenden. Aber in B ist nix. Jungs. Da draußen ist auch die noch. So, ein Fenster. Ja, da. Nice. Irgendwo ist ein Fuse. Da ist Fuse! Läuft doch! Viel zu einfach für uns. So. Jetzt machen wir kalt oder nicht? Ähm. Außer wir tun oben die Fen, dann brauchen wir kein kalt. Was heißt, zwei Urgun und der Rest unten würde ich sagen. Dann würde ich... Aber diesmal kein... Dann würde ich... Kein Maestro mitnehmen, dann würde ich sogar wirklich auf. Boah. Amaru nie zu versetzen. Ich war jetzt wirklich im Überlegen zwischen Melusi und Amaru. Äh. Amaru. Genau. Das war so dumm für Ultra. Das wars ich will. Hat wo denn das noch kaum passiert? Zumachen? Ohhhh Die hab ich gesehen Die cam da oben So nix das, auf auf ne Das Bohnenpeak hab ich kurz Noch 5 Sekunden Oh Niklas hat uns ne Cam gesehen Umso mehr Spaß Na wo seid ihr? Kommt Kommt doch Oh da kommt einer Diffuser da unten Ja der ist da unten Äh hier hinten Ist jemand? Wünscht Die Diffuser liegt aber immer noch hier Wann befestigt Die Diffuser Seh'n dann Wo? Magazinwechsel Das sind solche Trefferweihrader Hier hinten Na aber seh' ich keinen Da ist nichts Unten in Ventilation ist einer Die Diffuser Die Diffuser liegt immer noch hier Ich mach die D-Hedges mal auf ne Kann man zur Not runter gehen Da ist ein Da ist ein Da ist ein Blackbeard jetzt Warten wir sehen ob er zu spürzt Der ist unten mit dem Diffuser jetzt Muss runter Jetzt ist er tot Achso dann ping ihn mal den Diffuser Na der liegt irgendwo da vorne Wer guckt jetzt Aber ich hab mich sehen kann Der kommt bei dir Der kommt bei dir Da wo der Diffuser liegt wahrscheinlich Ein Also, abstehst du das? Einen oben Oh der Schatten, ah, ich dachte ich danke schon wieder. Heh, so geht's auch. Hahaha. Scheiße. Manche von der Falle sind übelstumpf aber funktionieren. Hm. Östlich. Ja. 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 Ja, die werden jetzt oben sein, oder? Ja. Ja. Hallo. Oh, lass mich mal in Ruhe. Oh. 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 Oh, oh. Ey, die werden sogar wetpingen, die merken die Kamera nicht. What the fuck? Die merken die Kamera nicht, die sehen die nicht. Trotz wohl wetping, what the fuck? Das ist falsch mit denen. Ja, weil die überall sein kann. Ja, wir sind jetzt, die haben nichts gemacht dagegen. Ja, das ist alles cool, das kann. Ja, hier ist kein Mührerfenster, ne? Nicht gereincht, der Video. Guck mal, die Camp steht immer noch. Mann ehrlich, der Thunderbird. Jetzt suche es jetzt die Camp. Nein, jetzt haben sie die Camp. Gleis, was ist das denn da? Warum schützt du nicht einfach mal? Warum spielt man ein Gläs? Vor allem, warum spielt man ein Gläs? Was ist das denn? Und der Korach. Gut, wir haben ihn best. Du hast ihn entschlossen. Nur noch einer vom eigenen... Wo hast du das, die Kamera? Ja, der hat so neutralisiert. Gut. Das lässt du da gut gemacht, ne? Was? Das lässt gut gemacht, ne? Ja, wieder sein Ding, ne? Wir haben nichts mit Smoke Spiel, das ist eine andere Sache als Lass. Das ist schon komisch gemacht. Oh, ich bin vergessen da hinten raus. So, mal gucken wir mal, wie wir es schaffen. Ich hoffe es. Warum hat der Gleisende schon als arbeitslosen Zeit? Arbeitzeitzeit. Ja, weil jemand eingeschossen hat. Hm. Vielleicht aber auch wirtschaftlich Zeitgetan, äh, wir geschossen hat, äh, hab ich so die Minuspunkte. Das ist ein Teil aus übrigens. Hm. Wie ist es? Hm. Wie ist das Ding? Wie ist das Ding? Wie ist das Ding? ich glaube die haben oben die hatchchen zugemacht ich bin auf dem fachsagen ich bin auf dem fachsagen ich bin auf dem fachsagen Du hast ihn in Schaaf auf einen gelassen. Sie haben ihn in der Kacke zu nehmen. Was war der? Wo war der? Ähm, Osa müsste den jetzt gleich von hinten holen. Äh, links von dir. Ja, ja, dort auf jeden Fall nicht. Weiter rechts wieder. Ah, der ist immer noch bei Osa in der Nähe. Ah, der ist immer noch bei Osa in der Nähe. Das war der eine, der Tapchanka ist, äh... Ja, da, wo uns gut. Eigener. 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 Mh, 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 mh. Schöner Kopf, ja. Danke dir. Bei dir auch. Mh, mh. Ah, mh. Ah, mh. So, danke fürs Zuschauen. Bis in der nächsten Folge. Tschüss. 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 ..